Mehrere Jugendliche wurden in Coesfeld von südländischen Tätern gequält und erniedrigt und mussten um Gnade flehen. Abermals sehen wir, dass die Jugendkriminalität massiv gestiegen ist in Deutschland. Und wir gucken uns speziell diesen grausamen Fall jetzt gemeinsam an. Und damit Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, bis genau richtig, lass gerne ein Abo da. Und wir sehen, dass hier Apollo berichtet darüber. Ich konnte sonst noch keine sonderlich großen Informationen über diese Situation finden. Und hier heißt es, sie mussten um Gnade flehen. Jugendliche von südländischen Tätern gequält und erniedrigt. Am späten Donnerstagabend wurden zwei 15-Jährige in Coesfeld beim Musikhören an einem Teich von drei älteren Jugendlichen mit südländischem Aussehen attackiert. Sie wurden erniedrigt, einer musste sich hinknien und seinen Peiniger anflehen. Also das scheint ja irgendwas mit einer gewissen Kultur zu tun haben. Offensichtlich, dass man dem anderen fröhnt, dass man dem anderen gegenüber seine Unterwürfigkeit darstellt und zeigt und darum bitten und betteln muss, damit eben dieser aufhört. Und ich wünsche mir, dass diese Kandidaten vor ein deutsches Gericht gestellt werden und mit aller Härte dieses Gesetzes in Deutschland bestraft werden. Und dann eben sie auf dem Boden kriechen werden, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr aus dem Knast rauskommen. Ganz ehrlich. Und wenn das jugendliche Straftäter sind, sprich die sind jetzt hier, irgendwas, man weiß es nicht ganz genau, werden ja ein bisschen älter als die 15-Jährigen. Wurde hier gesagt zwischen 16 und 18 Jahre alt. Wenn die noch nicht vollkommen straffähig sind, dann müssen die Eltern zur Rechenschaft gezogen werden. Ganz einfach, Elternhaften für ihre Kinder. Denn wenn wir uns diesen Fall hier genau angucken, sehen wir das Ganze hier. Zitat. Laut Polizeibericht näherten sich die drei Angreifer den beiden Opfern und begannen sie mit Stöcken zu schlagen. Einer der Täter forderte eines der Opfer zudem auf, sich hinzuknien und um Gnade zu flehen, während er die demütigen Szenen mit einem Smartphone filmte. Nach der Attacke flüchteten die drei Angreifer unerkannt vom Tatort, heißt es hier weiterhin. Und das ist wieder mal das typische Szenario, dass das Ganze natürlich auch noch per Video gefilmt wird und sie auf Deutsch gesagt dann auch so naiv sind und hingehen und diese Videos dann per WhatsApp und anderen Telegram-Gruppen oder was weiß ich rumschicken, um sich da gegenseitig hier zu zeigen, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste, guck mal wie wir den erniedrigt haben und alles. Ich hoffe, es wird mal ein Bashing geben zwischen, du hast nur so eine kleine, ein Jahr Genaststrafe bekommen, der hat drei Jahre gekriegt. Vielleicht wird das die nächste Stufe sein. Der erste Täter wird als schlank mit einem Dreitagebart und einem roten Käppi beschrieben. Der zweite Täter ist stabiler als die erstgenannte Person, heißt es in der Polizeimeldung. Der dritte wird als relativ groß beschrieben. Alle drei sind zwischen 16 und Jahre alt und haben ein südländisches Aussehen. Und auch hier, wenn ihr und ich mit meiner Reichweite das Ganze unterstützen kann, etwas mitbekommen habt und Hinweise geben könnt, macht das gerne an die zuständigen Polizeidienststellen in Coesfeld, die wissen Bescheid und suchen. Glücklicherweise benötigen die Opfer keine medizinische Wandlung vor Ort. Dennoch sucht die Polizei dringend nach Zeugen, heißt es nämlich, die weitere Informationen zur Identifikation der Täter beitragen können. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den lokalen Polizeidienststellen in Coesfeld zu melden, heißt es hier. Ja, und wenn man sich überlegt, dass das Ganze immer und immer häufiger kommt, sind viele Eltern mittlerweile offensichtlich erpicht darauf, dass ihre Kinder Selbstverteidigung lernen. Das ist doch unfassbar. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, kann ich auch den Betroffenen nur empfehlen, in Coesfeld gibt es offensichtlich zum Beispiel Jiu-Jitsu, eine Kampfsportart zur Selbstverteidigung, um das Ganze zu erlernen. Und ganz ehrlich, das scheint offensichtlich das zu sein, was man heutzutage in besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, benötigt, um sich zu verteidigen. Ist das nicht schrecklich? Das ist unfassbar. Und was ist Coesfeld eigentlich? Das ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen, 37.000 Einwohner gerade mal. Also wirklich nichts Besonderes. Und weil ihr es immer wieder interessant findet, wie wurde denn gewählt? Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Wie wurde denn gewählt? Und man muss natürlich dazu sagen, die Jugendlichen, die waren jetzt unter 16 Jahre, die haben ja noch nicht mal einen Einfluss darauf. Aber ihre Eltern beispielsweise könnten ja auch etwas anderes wählen und sich politisch auch engagieren und dafür einsetzen, dass eben gegen solche Täter auch vorgegangen wird. Da gibt es ja so eine gewisse Partei, die da verschiedene Ideen hat. Aber gut, das ist natürlich nur böse und ganz, ganz schlimm. Aber wir sehen hier, die CDU ist da am stärksten mit 41,7 Prozent. Jetzt bei den EU-Wahlen, wie sie abgeschnitten haben, mit einem Plus von 3,5. Wir sehen, dass die Grünen abgeflacht sind, massiv, von über 20 Prozent auf 13,6. Also die haben immer noch 13,6 Prozent, muss man dazu sagen. Und dann haben wir hier 15,2 Prozent bei der SPD, Alternative Deutschland 9,3 Prozent, ein ordentliches Plus von 3,8. 6,3 Prozent für die FDP und der Rest sehr, sehr wenig. Also schon ganz interessant, das Ganze mal anzusehen. Und genauso gucken wir uns das auch mal für die Bundestagswahl 2021 an. Und dann sehen wir das Ganze nämlich hier und da sieht man ebenfalls ein interessantes, sage ich mal dazu, Ergebnis, wenn wir sehen, dass hier die SPD noch sehr, sehr stark war, CDU ebenfalls über 40 Prozent, sogar Wahnsinn. Und hier die Grünen mit knapp 17 Prozent. AfD mit dem Dr. Martin nur bei 4,53 Prozent. Wie gewählt, so geliefert, würden böse Zungen an dieser Stelle sagen, ich würde sowas ja nie sagen. Und es ist doch wirklich krass, wie viel von dieser Jugendkriminalität wir in den letzten 2, 3, 4, 5 Monaten jetzt alleine erfahren haben. Und über die letzten 2, 3 Jahre habe ich das Gefühl, wird das auch immer mehr. Und es gibt ja auch dazu schon verschiedene Statistiken, die eben genau dies bestätigen, dass die Jugendkriminalität in Deutschland massiv angestiegen ist. So zum Beispiel erinnere ich an die Situation hier in Witten, die vor einigen Tagen ja rauskam. Zum Glück hier zensiert, sonst kriege ich wieder Ärger mit dem Video hier. An einer Bushaltestelle im NRW Witten schlagen und treten Jugendliche mit Migrationshintergrund auf einen Altersgenossen ein. Vorfälle wie dieser häufen sich, heißt es hier. Ja, das sind natürlich nur Einzelfälle. Also da muss man in Apollo News hier definitiv mal auf die Finger klopfen. So geht es ja nun nicht, dass man hier davon spricht, dass solche Taten sich häufen. Und solche Delikte sind sehr selten, wie wir von unserer Obrigkeit her wissen. Denn Nancy Faeser sieht ja offensichtlich hier auch keinen sonderlichen Handlungsbedarf. Genauso wie aber auch der NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU geht ja hier offensichtlich auch nicht so vor, dass es ausreichend ist, dass solche Taten nicht mehr stattfinden. Nein, Leute, absolut nicht. Und nochmal, wir haben ja zahlreiche solcher Situationen. Ich mag an Bad Oeynhausen erinnern, wo die Situation vollständig eskaliert ist mit 20 gegen zwei Leute, wo Philippos, der arme Junge, mit nur 20 Jahren verstorben dran ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier tagtäglich passiert. Und da frage ich mich allen Ernstes, wann gehen denn auch mal die Eltern von Jugendlichen und Kindern auf die Straßen und fordern die Regierungen auf, sei es Landes- oder auch Bundespolitiker und Parteien, hier für Sicherheit zu sorgen. Also so langsam, wenn man Elternteil ist, sollte man sich doch mal Gedanken darüber machen, ob man das nicht machen möchte. Aber das wäre natürlich ziemlich rechts und das ist ja wiederum schlecht, wenn man das Ganze fordert. Wenn wir wissen ja, es handelt sich nur um Einzelfälle. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.